So, willkommen zurück bei Killing Floor 2. Ich würde sagen, das wird die letzte Runde und da probieren wir was anderes. Vollwald, okay. Ja, Fackeln geben wir beim Umfang. Na, Maschinengewehr war gut. Granatenpistole. Hat mir gefallen, Maschinengewehr. Was kann der? Ja, nehmen wir trotzdem. Kann ich das auch wechseln? Okay. Bisschen Kolb. Hiiii! Wie im Kopf, dass das passiert. Fürs Erste. Ich finde das voll cool. Aber ich werde mehr außen gehen. So, zuerst das nicht, bitte. Oh, hi! Du gehst außen! Oh, hi! Du gehst außen! Oh, hi! Ich bin oben bleiben. Deine Ahnung! Kommi! Oh, geil! Jaaaaaaah! Oh! Geil! 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 Der Schlag ist aber nicht gut. Wo schießen ich lieber? Okay, wenn du sagst... Der ist ja kapflos! Ah, die bluten dann raus. Ist aber eine schöne Waffe. Höchstwahrscheinlich irgendwo drin. Hey, da ist ein Schießstand! Ah, ich eh doch, okay. Katana finde ich vielleicht irgendwo. Korrekt man noch auf. Zweite Waffe war nicht schlecht. Hier war cool. Ja, wo ist denn? Zweite Waffe. Und nachfüllen. Nice! Ey, wo ging es doch aus? Cool! Ja, okay! Ja, Schiffin! Schön! Sogar Winterrede haben sie da! Ja! Ja, da mach! Okay! Kann man nicht... Nö, kann man nicht... Bei der anderen zwei waren... Ah, collectible! Ich hab mir gedacht, vielleicht ist das sowas... Aha, okay, da hinten... Ist was... Haha! Nö, der ist vorhin nicht zu... Ich hab noch überlebt... Ich hab noch überlebt... Nein, ich hab zwar recht wirklich heilen... Oh Mann! Sie sperren mich ein! Wir haben noch eine Weiss-Spiele von einem... Alter! Oder Olt-E besser gesagt! Wer ist da noch, oder was? Oh, der schaut geil aus auf weißem Schnee. Blut! Ja, äh, wo ist der letzte? Hallo. Hi. Sehr cool, ja. Munition und Rüstung. Und noch mal Sporen. Katana! Katana war vielleicht auch nicht schlecht. Den wir alles noch füllen. Dann hab ich noch... Nix! Okay, dann hab ich immer noch zu wenig Geld für alles noch füllen. Das ist so ein 3D-Drucker. Druck die Waffen! Schön! Ja! Der Mond! Kann ich nicht da runter irgendwie schauen? Wollah! Sieht man nirgends hin. Okay, okay. Oh! Aua! Blomwerfer! Okay! Okay! Da war gar nicht einmal schlechter Punkt. Problem ist das Fahrzeug. Unizontwenden, dann brauch ich sicher später. Mit Garantie. Außer wie Sparmen, aber ich glaub kaum. Oh ja. Spiderman ist da! Spiderman ist da! Die Weiber! Zwo haben wir sonst. Okay. Oh nein. Nicht so lange. Die hängen! Die hängen! Die hängen! Jetzt beruhig dich! Jetzt beruhig dich! Ich weiß nicht wo ich mehr Damage mache. Auf dem Bunk drauf oder auf dem Kopf? Oder Boost. Kann auch sein. Wurscht mit Piesel. Na please. Oder wenn er kommt. Do long. Okay, okay. Cool. Ja. Mhm. Was noch füllen? Bleiben auch 500 übrig. Okay. Soll ich nicht spawnen? Katana wäre ich höchstwahrscheinlich immer brauchen. Dann nehmen wir mit. Yeah! Ja. Ja, da gefällt's mir echt gut. Notfalls kann ich da rüberlaufen, da runter. Aber dann bin ich unten völlig eingesperrt. Hm. Da drüben ist eine Sackgasse. Da wie weit komm ich dazu? Okay, okay, okay. Ja, da ist gar nicht der Masch... Ja, okay. Ja, ja. Ah, da geht's analon. Okay. Ja, hau zu stoppen. Ja, darf ich... Darf ich live? Darf ich wieder gehen? Danke! Hähä! Hähähähäh! Hähäh. Er hat nur Dawn Mortal. Hähähäh. Oh Nö! Der ist ein fertigPromin. Wo sind die? Okay. Oh, hi! Mit dir will ich noch nicht anlegen. Du weißt, dass er unsichtbar ist, aber ich will dich mit dem Messer, die sind mir gefährlicher. Ja! Wie will ich? Oh, was war das? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Und das können, ja, ich wollte gerade sagen, es können sicher wieder die Weiber. Hey, die... Jetzt. So, haben wir einen kleinen Kiel weg. Oh, da ist ja noch einer. Wo ist die Weibchen? Ah, wir ist er. Okay, okay, okay. Okay, klar. Okay, klar. Ja, Entschuldigung, ich muss doch... Die Weibe ist jetzt... Ich würde ja eine Granate reinwirken, aber ich würde ihn verschießen lassen. Oh ja, klar. Du Weiberschaft. So, da ist er gleich. Jawohl, probieren wir. Oh, losgegangen. Wo ist er? 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 So, dann schau. Oh nein, 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 nein. Oh, einer weniger. Oh, ho, ho, ho. Oh, du auch, ho. Du hast weniger Leben, du hast weniger Leben. Heilig, 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 Heilig. Ich hänge alle fest. Die hat am wenigsten Leben. Den zuerst weg und raus springen. Ja. Nein, das war knapp. Okay. 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 Kann ich nicht mit der Kamera fahren? Ich will die, weil... Boah, das war aber knapp. Aber egal. Ansonsten gar nicht schlecht. Ja. Schön, überzogen. Bis zum nächsten Video. Servus.